äh, ah, ah, hi, ähm, äh, 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 so, äh, weiter geht's, ähm, wir sind ja das letzte Mal hier verzweifelt in dieser Höhle da drüben und deswegen gingen wir jetzt einfach verzweifelt, noch verzweifelt da weiter. AAAAAAAG! AAAAAAAG! Okay, ähm, geiler Schwarz, äh, so muss das sein, das war alles geplant und, ähm, also, da hab ich schon mal erwähnt, dass das alles geplant war, natürlich. Hä? Achso, ich drücke die komplett falschen Knöpfe auf der Tastatur und die gibt's gar nicht, achso, äh, ups, so muss das sein, dann hab ich schon mal erwähnt, dass das alles Absicht ist hier natürlich. Kann sein, dass man diesen Typen hier gar nicht so besiegen kann, wie ich denke. AAAAAAAG! Da muss man ja hier voll laufen und so, da muss man voll denken und bevor man sie tötet. AAAAAAAG! Sexy! Das hat mich jetzt schon angemacht, der Kampf. Stimmt, weil es heißt Geh Kampf, deswegen bin ich jetzt gay. Hääää! Warum bin ich jetzt gay? Egal. Just da with things. You know them all. Es tut mir leid, dass ich jetzt das ganze Gras abmehren muss, aber ich glaube, dass es loot. Gut, in einem von diesen 40.000 Billiarden Grashalm wird gut sein. Also am Ende, hier kann ich nicht mal ins Wasser springen, was ist denn das hier? Verzweiflung! Dabei wollte ich doch so gerne ins Wasser springen. Und das kühle Nass. Komm schon, kann hier jetzt nicht loot irgendwo drin sein. Los! Loot! Komm raus! Rubine! Warum auch immer Rubine im Gras sein sollten, aber hey! Ja, da ist ein Rubine im Gras. Das war's an der Stelle mal wieder komplett. Wir sind hier auf der Suche nach irgendeinem Schlüssel. Aber zuerst mal werde ich hier sterben. Ähm, kann sein, dass das eine, dass das da Selbstmordattentäter sind? Hm. Ja, das sind Schleime und die sind durchaus Selbstmordattentäter. Ich hatte nicht. Ich hatte nicht. Wiederhole nicht. Vorher zu versuchen, mit bloßen Händen in den Felsen hochzuschieben. Also bitte richtig nicht so aufspielen. Ich kann ihn aber leider auch nicht wegschieben und das ist natürlich problematisch an der Stelle. Jetzt bin ich verzweifelt und werde aufgeben. Gut, da komme ich nicht lang. Es ist so eine Dungeon-Geschichte hier. Hä? Haben die sich überhaupt gewehrt? Sagen wir mal, ist das der große Schlüssel da? Und ich muss ihn... Moment. Also, ob ich jetzt hier wieder rauskomme, ist es doch... Ach so, das war der Kampf, den ich fast nicht gewonnen hätte, weil der Gegner so krass ist. So muss das. Das ist natürlich alles Absicht, was ich hier veranstalte. Das muss so sein. So, hier ist ein Rubin. Ich hoffe, ich kriege hier noch ein Herz. Wird aber nicht passieren. Ich habe ein Herz bekommen. Okay. Öh! Schleime! Schleime! Schleime? Schleime? Warte mal, man kann Attacken mit Attacken besiegen. Das ist ja geil. Das ist eine schöne Mechanik. Was die damals schon gab. Also, man kann Angriffe abwehren, indem man selber angreift. Und das finde ich natürlich gut. Ja, ich habe auch nicht versucht, diese Steine hochzuheben. Läuft mal einmal gegen solche Steine und dann sagen sie einem gleich, dass sie zu schwer sind, Mann. Erklären sie einem gleich, was für ein Schwächling ist und es verletzt mich. Okay. Verstehe ich. Nein. Hä? Lass mich doch in Ruhe. Gut. Weiter im Text. David, ich hätte was zum Rausschneiden. Da sollte ich nicht hingehen. Okay, das merke ich mir jetzt fürs nächste Mal. Das ist echt peinlich. Oh mein Gott. David, kannst du mich das nächste Mal davon ab... Wenn ich versuche, davon abhalten, da hinzugehen, ist mir Nacht. Da sterbe ich immer. Ich habe auch... Warum brennt denn die Hood? Ja, also ich bin immer noch kein guter Rasenmäher und das ist natürlich problematisch jetzt auch für meine Zukunft. Was ist das Rasenmäher? Ja, man muss hier ja immer Gras abschneiden, weil das gibt Trobine und so. Hä? Die können meine Fähigkeiten disablen oder was? Wollt ihr mir ernsthaft erklären? Dass diese schäßlichen Schleimviecher in der Lage sind zu verhindern, dass ein Mann, also ein kleiner Pisser, aber ein Mann, Schwert und Schild benutzt. Hä? Können wir das nochmal einen erklären, bitte? Ich hatte dazu nochmal eine Frage. Nämlich, wie funktioniert das jetzt genau? So, da unten darf ich nicht hin. Das ist lebensgefährlich. Gingen wir da hin. Dahin wird es auch lebensgefährlich sein, aber da ist nur nützlich fertig. Gaia, Walli, Mann, Bross, Brunnen. Beide Wege sind nur mit der Bombe, würde ich mal vermuten, die ich nicht bekommen werde, zu schaffen. Also, ich werde diese Bombe nie bekommen, weil ich bin einfach schlecht und geht das nicht, ja? Versteht ihr jetzt mein Problem? Gut, geh nicht da unten. Da ist eine Fee! Wunden heilen, entspanne dich, schließe Augen, um. Die heilen jetzt meine Wunden, Mann. Ich fühle, wie meine Wunden geheilt sind. Ich hatte ja aber gehofft, dass es mir irgendwelche Bomben gibt oder sowas. Weil es muss Bomben geben, weil sonst, erstens haben sie ja vorhin in der Bibliothek schon gespoilert, dass es Bomben gibt in dem Spiel. Und zweitens bräuchte ich ganz dringend mal eine. Außerdem bin ich enorm hässlich, aber das ist jetzt egal. So. Oh! Gegner! Die sind ja voll gegnerisch, diese Gegner. Also, die sind echt nicht freundlich gesinnt. Nicht mal für Gegner. Leckt mich doch! Lass mich doch in Ruhe! Nein, könnt ihr mich bitte, könnt ihr mich bitte, könnt ihr mich bitte in Ruhe lassen, ja, danke, danke, ja, das ist euer, äußerst lieb von euch, ja, danke. Hier, an der Stelle mal wie, nein, nein, einfach, ach. Aha. Das hast du nicht anders verdient, Schleim. Das ist jetzt mein Ernst. Erstmal speichern. Dass ich so weit gekommen bin, das freut mich natürlich enorm. Mama, der eine hat mir wehgetan. So, gehen wir mal da weiter. Moment, der Typ ist respawn. Nein, bitte sagen wir nicht, dass die Typen respawnen können. Das Problem ist, in dieser Höhle, da kann man ja offensichtlich irgendwie weiter und so, aber... Das Problem ist, es kann immer sein, dass man hier einfach stirbt. Und das ist dann Aua. Also versteht mich nicht falsch, das ist dann enorm Aua. Und die letzte Fledermaus hat dahinter einen Teil der Macht. Hä, sie hat doch keinen Teil der Macht. Warum hat die keinen Teil der Macht? Äh, Gegner. Achso. Hier. Und da. Und da. Und da. Und äh. Fick dich. Mein Skill ist mal wieder over 9000 hier. Man merkt es auch direkt, ich habe richtig Ahnung von dem Game und... ...lass mich hier durch nichts aus der Ruhe bringen. Und deswegen werde ich das Ding jetzt auch first try hier klatschen. Und ich gebe... Ja, ich bewege mich gerade auf den Bodenplatten, an denen mein Safe immer stirbt. Wuuuza. Okay. Natürlich, ich bin da jetzt gestorben, das ist nicht so erfreulich. Dafür bin ich eine Fledermaus-Klatschen-Maschine. Äh. Wuuuza. Äh. Das sind voll die Knochen. Ernsthaft? Ich... Die... Die... Ich... Hier, sie erwarten sich überall, dass ich Sprengstoff dabei habe. Das ist mein Problem. Ich habe keinen Sprengstoff. Versteht ihr? Ich habe einfach keinen. Und da kann auch der alte Wuuza nichts dran ändern. Hier easy, ohne Leben zu verlieren, geklatscht. Nochmal ein Herz eingesammelt. Natürlich droppt er auch jetzt ein Herz und vorher nicht. Aber... Dann... Dann planlose Scheitern an... Der nächsten Seite. Oh Gott. Oh. Ah. Ja. Ah. 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 Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das kann ich clearen, wie ich will, aber es hilft nicht. Das auch. Es bringt nichts. Ich bekomme hier ja keine Bomben. Da war schon mal eine Fee und schon mal nicht eine Fee, interessanterweise. Ähm. Da komme ich nicht rein. Wie bin ich überhaupt hier reingekommen? Da war bestimmt irgendwo am Anfang gleich die Bombe und ich bin einfach dumm. Ach ja, das war der Gegner, den man nicht angreifen darf. Oh, das war der Bosskampf. Also das ist bestimmt ein Bosskampf. Wahrscheinlich muss ich die Dinger reflektieren oder so. Keine Ahnung. Das ist ein Typ, der gerade mich an. Aber. Aha. Da bräuchte ich nur quasi auch noch eine Bombe. Ähm. Das ist die Bosskampf. Woosa. Hm. Was ist das? Brauche ich bald den Pilz im Wald und auch den Fix, den... meinen Sauber... Was? Kann ich eine Katze töten? Nicht. Nein, ich... Ja, ich will das auch gar nicht hochheben, weißt du was? Ich will das nicht hochheben. Ich brauche... Ich will jetzt einen Pilz sammeln. Ja, einen Pilz. Woosa. Ich kann da nicht durch. Ich werde da getötet, hemmungslos. Weil der Typ ist ja ein Arschloch. Da komme ich nicht durch. Da komme ich auch nicht durch. Äh, warte mal. Ja, genau. Da komme ich nicht durch. Ähm. Das bedeutet, ich muss da... Ne. Hä? Da durch? Zug. Das... Achso, das ist ein Schlauch. Okay. Ein ziemlich langer Schlauch, aber ein Schlauch. Immer noch ein Schlauch, ne? Nein, hier... Woosa, 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 woosa. Alter, wenn man das ganze panisch spielt, dann ist man sich viel erfolgreicher direkt hier. Guck. Einfach mal schlagen und dann sind sie alle tot. Und dann ist da noch ein Schleim und der tötet einen. Pass auf. So. Wie sie zu... Ja, immer wenn man irgendwo dagegen holt, dann sagt sie einem direkt, dann ist er ein Schwächling. Hiermit kann ich nichts anfangen. Weiter geht's. An der Stelle war es das mal wieder komplett. Ich gehe zurück. Da lang. Dieser Zauberwald ist echt groß. Hier müssen wir überlegen. Kann ich jetzt noch in die Richtung... Okay, da ist nichts. Aber da kann ich noch lang, weißt du? Da kann ich einfach hin. Da kann ich den Goblin klatschen und den... Goblin klatschen. Übrigens, falls sich manche von euch schon gefragt haben, ich habe offiziell weder einen geistigen noch einen körperlichen Schaden. Und das finde ich interessant. Weil das stimmt einfach nicht. Das kann nicht wahr sein. Nix, nix. Alles gut. Okay, da ging es rein in den Zauberwald. Da ist langweilig. Da ist der... Nullanschaden. Ähm, da ist selber Schaden. Da ist, ähm, hoch und... Ein Waschbär. Ein Waschbär. Hä? Stellt euch vor, ihr trefft irgendeinen Typen im Wald. So einen sprechenden Waschbären zum Beispiel. Ist ja ganz normal. Und dann... Hä? Das finde ich gut. Weil das bedeutet bestimmt, dass es da irgendwie weitergeht. Die Frage ist nur, was zur Hölle hat getriggert, dass der Typ hier ist. Ja? Du willst, dass ich wieder die Folge beende? Ich werde nicht die Folge beenden. Ich werde hier stundenlang bleiben. Und die Folge nicht beenden. Der Typ will mich besiegen. Der Typ will mich besiegen. Der Typ will mich... Der Typ wird mich besiegen. Aber... Nein, ich werde ihn nicht speichern. Guck doch mal, ich besiege den hier. Das kann ich nicht machen. Das ist in den Bad. Nee. Das ist in der Stunde, würde ich mal sagen, liebe Freunde. Geht's nächstes Mal weiter. Tschüss. Geht's nächstes Mal.